hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute alarmstufe rot 1 und 2 im limitierten steelbook und los geht es nach dem intro viel spaß ja heute steelbook alarmstufe rot 1 und 2 in der limitierten auflage des steelbook gab es überall oder gibt es immer noch überall ich glaube soll limitiert sind glaube ich auf 4000 stück aber ist auch nicht nummeriert oder so bin jetzt da auch nicht ganz sicher ich habe es vom media dealer weil bei amazon immer noch dieser strafversand darauf kommt und ich habe bezahlt 29 euro für das ding mit versand waren es irgendwie 31 nachher im endeffekt ich würde sagen packen wir das ding aus dieser alarmstufe rot brauche ich nicht viel sagen stevens egal einfach zwei richtig geile teile gewesen oder immer noch habe ich auch schon seit jahren nicht mehr gesehen freue mich drauf die jetzt mal wieder zu sehen es gab ja davon vorher schon media books und jetzt noch mal dieses eine steelbook hier so dann haben wir hier die j card und noch mal die daten zu teil 1 und 2 draufstehen ja wir haben hier teil 1 und 2 mit deutsch englischen ton jeweils tonspur in 2.0 und 5.1 3 1 mit laufzeit von 102 minuten teil 2 mit 99 minuten und soll hier full hd in 180 ob jetzt p oder i steht hier leider nicht drauf das schon mal dazu und dann haben wir hier das steelbook das sieht wirklich eigentlich ziemlich geil aus muss ich sagen wir haben hier vom vorne ist dann halt der erste teil alarmstufe rot 1 flugzeugträger mal glaube ich ein flugzeugträger ja und den steven ziegall dort wirklich ziemlich cool ist so in komplett weiß matt und wir sehen hier so ein bisschen die schrift und das bild so ein bisschen hochglanz und schrift auch dieses ja genau so die rückseite haben wir den alarmstufe rot 2 mit dem zug halt und den satelliten und finde ich ziemlich cool so in den zähne gehalten also ich finde es gut ja auch oben der schriftzug jetzt aber ich finde es wirklich so an sich schön clean muss ich ganz ehrlich sagen und ich finde diese andeutung von diesem film halte mit dem zug und dann mit diesen satelliten und vorne mit dem zeigen wir nochmal so hier aber erstmal kurz das 1 und 2 finde ich eigentlich doch sehr schön also ist jetzt nicht so der oberhammer aber irgendwie hat es was muss man einfach mal so sagen so von innen haben wir denn eine disco los wo alle beiden teile drauf sind ja raus ist auch im selben stil gehalten wie das von außen das finde ich schon mal immer gut wenn das passt und hier nochmal hintergrundbild vom ersten teil und ich denke mal das wird der zweite teil dort sein auch schön in schwarz weiß gehalten so zum stil passt so alles also ich finde es ein schönes stil book auf jeden fall 30 euro ist jetzt auch ein guter preis muss ich sagen wie gesagt die media books sind ja bedeutend teurer obwohl die auch schön sind aber ja wie gesagt hier alarmstoff wird 1 und 2 im stil book ja und dann soll es das auch an dieser stelle gewesen sein ja vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten video bis dann ciao